Hallo, hier sind wir wieder, die Jungs von PwPlay. Ich bin der Brandon und mit mir dabei natürlich der Dale. Hallihallo! Und wir zocken wieder ARK und wir haben nichts. Wir sind bei 0 gestartet jetzt wieder. Quasi der große ARK-Reboot. Wir wollten eigentlich nur so eine Mod-Map zocken, aber das hat irgendwie nicht so richtig funktioniert. Ja, eigentlich auch gar nicht. Eigentlich hat das gar nicht funktioniert, der war richtig kacke. Also wir wollten diesem Apako-Island-Mod zocken, weil das ist halt nicht so überge-youtubed auch und übergestreamt. Und ja, leider waren da keine Dinos und auch irgendwie war das sonst ein bisschen buggy. Und ich seh dich da hinten, du hackst da grad so einen Baum kaputt. Ja, da bist du, ich seh dich auch. Geilo. Bist du eine Tusse? Geil. Boah, voll die Hübsche, ey. Da passe ich ja voll gut zu. Guck mal hier, so seh ich aus. Ja. Kann ich mich hier mal irgendwie ganz zeigen? Nee. Ich seh dich aber... Kann ich mich von vorne zeigen? Irgendwie geht das? Oh. Weiß ich gar nicht. Äh. Ich glaub nicht. Wird alt gedrückt? Nee, geht nicht. Nee, hab ich funktioniert. Nee, weiß ich nicht. Du kannst I drücken. Ah ja, genau. I, klar. Da sieht man dich. Oh, ist das nicht hier ein wundervoller Mann? Der passt doch perfekt zu der Braut da. So. Drück mal hier so ein paar Berries reinzippeln in die Leiste. Boehner und Gerda. Ah, mir fehlt noch Fetsch. Meinen Namen hast du gesehen. Gerda hast du dich genannt? Ja. Du bist so scheiße. Warte, wo bist du? Bleib mal stehen. Warte. Machst du das schon wieder? Machst du da? Ah, du bist doch scheiße, ey. Hau ab. Ja, so war das früher. Ja, ja, klar war das so. Wenn man einen Menschen gefunden hat, da hat man das gleich schön. Was heißt hier früher? Und was heißt hier war? Oh, tankt. Oh, hab ich auch grad. Nein, Server, ruckel uns nicht weg. So, okay. Nee, bei mir läuft wieder. Ja, bei mir auch. Da war grad kurz irgendwie mega das Lack auf dem Server. Keine Ahnung. Wir starten hier wieder komplett neu. Äh, wir waren ja beim letzten Mal eh noch unterwegs, haben da, äh, einen neuen Spot gesucht für unser Lager. Wir sind jetzt mal bei, an der Westküste gespawnt. Hier ist auf jeden Fall schon mal so ein großer See. Hier hab ich auch schon mal Solo gespielt. Da hab ich nämlich auf der anderen Seite hier von dem See meine Hütte irgendwie gebaut. Ja. Aber, ja, kann man auch auf der Seite machen, ist doch eigentlich total egal. Ja, müsste man mal ein bisschen erforschen gehen, ja, ne? Ja, ja, genau. Wir können ja jetzt eh noch nicht so groß was bauen. Wir würden jetzt erstmal auch ein bisschen auf Sammeln noch gehen und alles. Ich hab auch mein Level Up noch nicht, äh, also, ja, die Punkte vergib ich hier erstmal, ne? Warte mal, äh. Ah, genau, ich hab auch schon Level Up gehabt. Hilfpunkte. Aber die Engrams, die vergib ich noch nicht. Hab ich auch nicht gemacht. Hab ich auch nicht gemacht. Gucken wir dann nachher, dann können wir gezielt wieder... Genau, da müssen wir uns abstimmen auch, genau. Also ne Haku oder so werde ich auch finden. Ja, gut, ne Axt ist ja klar, die brauchst du auch, die musst du ja machen. Und auch den Speer, ne? Und den Speer, ja. Aber so die Klamotten zum Beispiel, das brauchst du eigentlich gar nicht, brauchen wir halt nicht beide machen. Ja, ah. Da können wir schon Punkte sparen. Das können wir nachher immer noch beide lernen. Oder vielleicht finden wir auch so ein Muster. So, wie sieht das denn eigentlich aus mit der Axt? Achso, kann ich, die kann ich doch... Die kann ich schon lernen. Die lerne ich dann auch. Und den Speer... Oh, scheiße, ey. Lerne ich auch direkt. Ist mein Ding schon kaputt hier mit meiner ersten Spitzhacke? Meine noch nicht, Gott sei Dank. Ähm, ich brauch mal hier so einen Felsen, den ich niederhacken kann. So. Fiber noch, da ist auch noch was Fiber. Ja, das ist alles. Narko-Burries hab ich auch. Da kann ich vielleicht mal ein Dodo... Ein Dodo-Zämen, ja genau. Ja, ein Zämen fiel mir grad nicht ein. Ich hab auch ein paar Narko-Burries schon, so. Was wolltest du denn sagen? Missbrauchen? Ja, ich war irgendwie auf dem falschen Weg gerade. Ich bin jetzt mal den Weg runter... Oh, da vorne ist ein Beißer. So, dann baue ich mir aus meiner Axt und ein... Und ein Speer, ja. Und ein Speer. So, das lernen. Hab ich auch gemacht. Das lernen, die zwei Punkte werden aufgehoben, so. So. Axt. Spitzhacke, den Speer auf die Eins. Ah, der will ab wieder. Sehr gut. Oh nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Oh, was mach ich jetzt? Was machst du denn? Wo bist du denn? Was machst du denn? Oh, ich bin so scheiße. Das stimmt. Ich hab mir jetzt zwölf... Wie kann ich das abbrechen? Keine Ahnung. Ah, 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 okay. Ah, ah, ich hab grad wieder einen wichtigen Punkt gefunden. Gamepad auf dem Boden. Bevor hier die große Vibration wieder in der Aufnahme ist. So, Spucker getötet. Ich hab grad eine ganze Menge Spitzhacken gemacht. Wo bist du hingelaufen? Ich bin einfach an den Felsen vorbei. Dahinter? Den See, den See weiter. Dahinter bin ich, ja. Ja, muss ich ja wissen, weil hier... Es geht ja auf beiden Seiten weiter. Da ist aber auch später der grüne Turm, ne? Wir sind gar nicht so weit weg von dem letzten, wo wir damals gebaut haben, ne? Das kann sein. Das ist ja auch nur an der Westküste, weiter hoch. Ja, sollen wir sonst in die andere Richtung mal gehen? Ja, ich weiß ja nicht, wo du... Ja, jetzt warte doch mal auf mich. Du läufst hier immer rum, ey. Ich bin hier, wo wir die Felsen... Ja, ich weiß. Hab dich ja grad laufen sehen. Deswegen hab ich ja gesagt, du sollst auf mich warten. Sind hier große Dinger drin im Wasser? Ja, es ist ein großer See. Also werden da wahrscheinlich große Dinger drin sein. Da würde ich jetzt mal von ausgehen. Guck da mal, wie groß der See ist. Oh, oh. Tu ein Fisch. Fische kannst du natürlich töten, ne? Ja, das ist ein Hai, glaube ich. Also ich was... Ne, das sind Haie. Sag ich. Okay, da ist ein Hai drin. Wenn das die Stelle ist, wo ich auch war, bin ich grad nicht sicher, dann ist auch so ein Korallenrepp in der Mitte. Ah, das ist cool, aber... Ja, da kannst du dich halt draufstellen, dann wenn dir einer so ein Hai kommt, weißt du, aber... Dodo! Schützt dich halt nicht vor... Vor allem. Du kannst ja nicht die ganze Zeit da draufstehen, nur. Das funktioniert ja nicht. Zähmst du den? Na sicher. Geil. Ey, ich wollte nur so vieler gehen. Hätte ja sein können, dann hätte ich den auch niedermoor. Wieso fasst er nicht? Ja, äh... Weil er keinen Hunger hat, vielleicht. Ah, jetzt frisst er. Wenn er keinen Hunger hat, frisst er auch nicht. Ne, jetzt frisst er. Ja, jetzt sag ich doch. Hast du noch ein paar Narko-Bären? Ich hab nur drei Stück gehabt. Ja, aber ich bin aber schon deutlich weiter. Oh, dann warte doch auf mich. Bin weitergelaufen. Ja, so bist du. Ich will doch noch um den See rum. Und lässt du mich hier mit den Fressern allein, die hier alle kommen? Welche Fresser? Ja. Ey, Riesenteile hier. Heul nicht rum. So zur Hälfte hab ich den. Ja, müsste relativ zügig gehen. Wir haben den Server ja ein bisschen... ...bisschen, äh... ...besser eingestellt. Ich hab aber nur noch einen... ...einen Narko-Bären. Damit wir da nicht tausend Jahre warten müssen, bis da irgendwas gezähnt ist. Weil die Schildkröte habt ihr ja schon mal gesehen vielleicht im Let's Play. Die hat ja relativ lang gedauert. Ja, unendlich lang irgendwie, ne? Eben. Anderthalb Stunden oder so war das klar. Scheiße, jetzt fehlt mir gleich eine Narko-Bäre-Roll, aber das kann doch nicht sein. Da ist ein Buckel. Das ist auch ein Mädchen, das sehe ich gerade. Da muss ich auch... Du musst ein Mädchen Namen vergeben. Sind wir eigentlich schon im selben, äh... ...Clan hier? Ah, nee. Können wir mal machen. Ja. T. T. Funktioniert nicht. Super, danke. Was auch immer. Tooltips, ja. Pw. Play.de. Create new tribe. Äh. Ne, ich kann nicht... Ich muss... Du musst vor mir stehen, damit er da... Ja, du musst dich da einladen, genau. Okay. Hm. Hm. Da muss ich gleich mal warten, bis du da bist. Bist du schon auf dem Weg? Ja, ich hab jetzt... Ich hab den gerade gezählt, ich komm jetzt. Okay, ich steh hier... Zwischen so Felsen. Ja, warte. Der muss ja noch Bären haben zum Fressen da, ne? Sonst verhungert der dir irgendwann, ja klar. Ja, ich hab jetzt mal drei Bären mehr, hab ich auch nicht. Und dann komm ich. Voll niedlich, wie die hinterherrennen, ne? Das weiß ich nicht, ich seh das nicht. Hast du ja noch nie gesehen, der Udos doch, ne? Wenn die getamt sind. Äh, ja doch, da haben wir auch schon getamt. Ich hatte aber noch keinen eigenen, glaub ich. Du bist einfach nur den, den Strand lang gelaufen. Ich bin einfach nur im Wasser lang. Du müsstest mich da sehen, ich hack da gerade so ein Felsen kaputt. Da sind mehrere so größere Felsen, da steh ich zwischen. Aber schon ein Stück weiter vorne auch. Dann mal ein paar Bären holen, für mich selber auch gleich. Auf jeden Fall. Wird doch gerade so ein bisschen dunkel. Ah, das hab ich gesehen. Den Läden, den, 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 kann ich hier die? Wo ist denn jetzt der Dodo schon wieder hin? Da, komm noch hier. Ah, ist die Scheiße. So. Nicht bei ganz großen Felsen. Ist der ein Flugsaurier, der gerade hochfliegt? Nein. Aber dann, ah, ich seh dich, glaub ich. Boah, ist der dunkel geworden, das ist ganz schnell. Ich steh hier mit der Fackel. Kannst mich eigentlich nicht übersehen. Ich steh schon fast neben dir. Gut. Da kommt mein Dodo. Boah, ist voll viel los mit den Viechern, ne? Die kommen wieder alle zum, zum Feuer. Kann sein. Dann lade mich den Type ein. Achso, ja. Wie mach ich das? Mich angucken mit, äh, mit E. Okay, ja, ja. Gedrückt halten. Achso, ne, Moment, da muss ich halt auf dem Ding bleiben. Ah, ich hasse das, ey. So. Was bekommen? Wie nehm ich das an? Mit Y oder so. Glaub ich. Steht doch da oben. Yes oder no oder sowas. Ne, ich stand da nicht. Wahrscheinlich, dass du mich einlädst, aber nicht. Direkt Level 7, du, der Bonze. Bin ich drin? Ja. Jetzt ist gerade auch grün. Ey, Level 7, direkt, übertreibt der direkt voll hier. Dodo sind doch voll kacke. Die kannst du doch so weghauen. Ja, trotzdem. Das dauert ja, wenn du einen kleineren hast, dann geht das schneller auch. Ja, das war halt ein klein bisschen. Wir dürfen nicht so schnell laufen. Gerade ist nicht so schnell. Was ist das da am Boden? Das weiß ich nicht. Das wollte ich mir gerade angucken. Das ist ein Flieger. Ja, weiß ich. Sehe ich. Du wirst aber nicht kriegen. Ja. Wahrscheinlich. Lass uns ein Bären holen wieder hier. Oh, ich krieg noch Fiber da raus, ey. Kannst du mit der Fackel dagegen hauen? Ja. Und dann kriegst du da auch alles Zeug raus? Nee, nicht gegen hauen. Du kannst das sammeln, parallel. Ach, mit? Du kannst die Fackel in der Hand halten und kannst trotzdem sammeln. Ach, das wusste ich nicht. Das geht nur mit Werkzeug geht das nicht. Ich dachte, das geht gar nicht. Ja, hab ich auch gedacht. Aber ich hab's gerade mal versucht und dann funktioniert. Sonst wäre ja voll scheiße. Du musst ja jedes Mal die Fackel wieder wegstecken und alles. Ja, eben. Da haben die schon mitgedacht auch. Oh ja, cool. Das geht. Das wäre sonst richtig kacke. Geht mir vorne. Level up, geil. In Level 3? Ja. Krass, oh Mard, ey. Bist du, ah, da bist du. Okay. Du wässt aber auch die Fackel an, dann sehen wir uns dann besser, ne? Ja, ja, ich hab die doch. Stehen Sie. Ich wollte mich nur gerade umdrehen und so gucken, wie weit du bist, damit ich nicht so weit vorlaube wieder. Aber du warst ja schon quasi neben mir. Ich laufe ja direkt um Wasser lang. Wurde ich den gleich vollgepackt. Ja, Wahnsinn. Ja, ich auch. Die Uhr hast du im Auge? Äh, ja, 14 Minuten. Ah, okay, weil ich hab jetzt, ich hab gar nicht angemacht und nix sonst. Ja, hab ich jetzt dabei. Ist ja in der Aufnahme jetzt direkt damit intrigiert. Ach, du machst das mit dem anderen Tool jetzt, ne? Ja, 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 mit MSE Afterburner mach ich das jetzt, genau. So, wo bist denn du jetzt? Da, okay. Ja, gut, jetzt natürlich einen Spot zu suchen, wo wir uns ein Lager bauen, ist natürlich macht keinen Sinn, weil dunkel. Da müssen wir natürlich jetzt gleich mal warten, bis der Tag wieder da ist. Aber es wird auch, glaube ich, gleich schon wieder hell. Der Mond sinkt nämlich schon und ist schon so gut wie unten. Ja, das stimmt. Ich hab ja auch die Zeit vor der Nacht ein bisschen hochgestellt. dass wir hier nicht tausend Jahre in der Nacht haben, weil nachts ist ja echt kacke. Da sieht man ja auch relativ wenig. Gerade auch an die Zuschauer natürlich gedacht. Ja, da hast du recht. Aber in den Aufnahmen wird das ja jetzt nochmal ein bisschen dunkler, ne? Ja, eben. Ich hab noch keinen bösen Dinosaurier gesehen. Ich, doch, ich schon. Die Spucker, die Kleinen. Ja, hab ich noch keinen gesehen. Hab ich schon zwei getötet. Mal gucken, ich muss, glaube ich, auch mal. Beere essen, ne? Könnte helfen. Und, ja komm, gerade wo bist du? Kriegst du auch noch ne Beere von mir. Erfreut er sich. Ja. Ich find's... Oh, da vorne ist ein Bronto. Da ist wieder so ein Spucker. Da musst du aufpassen. Nicht da einfach so reinlaufen, ne? Oder zwei? Ne, ein. Einer. Oh, da hinter mir ist einer. Scheiße, ich bin tot. Echt? Oh, was ist das denn? Ein Sarko. Das ist ein Kroko, ey. Fuck. Ich hab das nicht gesehen. Boah, der teilt der fett aus, ey. Ist der übel. Jetzt jagt der mich auch. Also ich kann nur West 3. Alles andere ist noch weiter unten. Ja, ja, weil da oben geht das nicht. Dann macht der nicht. Scheiße. Kommt der Spacko jetzt bis hier? Ah, wenigstens wird jetzt wieder hell, ey. Oh, die fucking Krokosaurier hier, ey. Die sind nichts zu spüren. Ich bin aber gar nicht, gar nicht so weit weg. Ich mach nur meinen... Sie sind leider richtig kacke. Ah, da ist er. Oh, Gerarder ist getötet. Ja, die hat ja gerade niedergemäht. Ah, klar, deswegen ist er nicht gekommen. Ich bin da, wo du mit der Fackel gewartet hast, auf mich. Ja, ich kann da nicht lang kommen. Nee, ist aber da bin ich jetzt gerade. Dann bin ich also nicht so weit weg. Jetzt kommt er schon wieder auf mich zu. Ja, sonst kannst du ihn vielleicht wegjagen. Dann kannst du mir eine Leiche looten. Ja, ja, der ist schon nicht mehr in deiner Leiche. Der ist schon weiter vorne jetzt. Ja, da hab ich auch nicht drauf geachtet. Der kam plötzlich von hinten. Ja, der kam schon wieder aus dem Wasser. Vermutlich. Ich weiß auch nicht, wie stark der ist. So, jetzt bin ich hier, wo wir die Büsche haben. Dahinter müsste ich eigentlich liegen. Ich versuche gerade den... Ja, oh, jetzt kommt er nicht mehr. Okay. Also, der hockt da noch irgendwo. Mitten im... ...im... ...Walde. Quasi. Sonst hätte ich den nämlich jetzt in den Brontosaurier reingedrückt. Ja, wo liegt meine Leiche denn? Das weiß ich nicht. Ist ja nur so ein Sack, ne? Vielleicht hätte ich auch gefressen. Ach, da hinten. Ich seh dich. Ich seh auch der Krokodil. Da, wo der Bronto ist. Da, wo der Bronto ist. Kurz davor steht das Krokodil. Ja, ich bin zu früh. Dann sind ich so ein Stück weiter gestorben da hinten. Bei den Büschen. Da ist... Vor dem Bronto ist so ein Stein. Und direkt davor steht das Krokodil. Ja. Die sind echt richtig übel, ey. Die Krokodil. Guck mal, wo mein Zeug liegt. Hier liegt gerade. So, da hab ich mir drei Fleisch geholt. Und die Bären zurück. Aber wo liegt mein Rucksack? Ja, ist ne gute Frage. Da liegt meine Leiche. Hast du gefunden? Ja. Da liegt kein Rucksack mehr, sondern... Richtig ist die Leiche. Da liegt jetzt die Leiche, richtig. Na, ist doch cool. Also ich stehe quasi über dem Krokodil ein bisschen auf dem Wald. Also im Wald hoch, okay. Ja, mehr, mehr, genau. Vom Wasser weg quasi. Siehst du mich? Da sind nochmal so Steine. Ne, im Moment nicht. Doch, jetzt, 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 jetzt. Ah, ich hab dich auch gesehen. Deinen Namen. Ja, das müsst ihr sehen können. Auf der Seite ist ja auch Wasser, ne? Cool. Ja, ja, klar. Hier, das ist ja nur so ein Zwischending. Sonst müssen wir hier so einen Bogen gehen um das Krokodil rum. Ich glaub nicht, dass wir den Niedermädchen. Ach. Ach, du bist schon auf dem Weg. Ist das da? Das ist ein Buckel, okay. Aber das ist auch wieder der grüne Turm, ne? Oder gibt's mehrere grüne Türme? Das weiß ich nicht. Das kann sein. Hacker kaputt. Bei den Buckel kann ich so einen Buckel verprügeln hier. Kann man machen. Level 20. Ja, der läuft eh weg. Da ist er. Wo ist er hin? Weggelaufen im Wald. Oh, jetzt ist der Speer auch noch kaputt, ey. Geht hier alles kaputt, hier. Ich hab da mal mehr Haut rausgeholt. Fünf Stück. Yeah. Mit der Axt oder was war das, ne? Ja, genau. Mit der Spitzhacke, glaub ich, müsste mehr Fleisch sein, ne? Da gibt's nicht mehr. Ja, könnte sein. Hier auch nicht, oder? Doch, hier kann man hoch. Hier hoch geht's hier auch. Boah, wie das blöd, ey. Nein, dann runter. Ach, was? Oh, guck mal, hier ist ein kleiner Teich. Das ist ja cool. Da sind Fische drin. Ja, das mein ich ja. Sowas... Oh, Entschuldigung. Hab ich... Oh, das Reflex. Sowas meinte ich ja. Das wäre halt geil. Also hier in der Nähe wäre schon gar nicht schlecht, dann. Ich geh da mal grad... Hier vorne irgendwo dann Hütte baut vielleicht. Ich geh da mal grad da runter. Hier, da sind echt nur ein paar Fische drin. Also ist jetzt nicht mega viel, aber... Da eine Höhle? So. Unten drin? Nee, jetzt aber nicht. Nee, glaub nicht. Nee. Vermehren die sich oder spawnen die neu, wenn du die tötest? Ja, irgendwann spawnen die neu. Da sind halt so drei drin. Sonst müsste man ja zwei lassen. Nee, ich denke... Ich geh davon aus, dass die irgendwann neu spawnen. Einfach. Ich kann's dir aber nicht sagen. Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass man da Fleisch rauskriegt. Ich hab jetzt einen getötet, hab sechs Fleisch bekommen. Ja, das ist ja schon ein super Anfang. Ja, eben. Also hier in der Nähe wäre schon geil. Kann auch sein, dass hier natürlich noch irgendwo einer ist. Äh, noch so ein... Also so ein Teich. Ja. So, nur gucken. Hier so direkt im Gebüsch ist natürlich auch Morks. Aber ich... Wo bist du jetzt? Bin noch neben dir. Weil neben dem Brontosaurier fast ja. Weil, äh... Ich hatte gerade überhielt vielleicht zu bauen, aber ich weiß nicht, ob das so geil die Idee ist, hier in dem großen Wasser zu bauen. Weil hier aber schon auch mehr Krokus drin sind auch. Ja. Könnte ich mir vorstellen zumindest. Gucken, wo könnte man denn sonst noch hier bauen? Ich will jetzt auch gar nicht so weit weglaufen eigentlich. Ja. Hier sind auch schon wieder Spucker hinter den Steinen. Da musst du aufpassen, wenn du da weiterläufst. Oh, ich hab dich verloren. Ich weiß nicht, wo du bist. Ja, ich bleib mal stehen. Ich hab dich grad gesehen. Wo bist du jetzt hin? Auf der anderen Seite bei der Bucht. Hier ist so eine kleine Bucht. Von Steinen eingesäumt. Ah, da. Okay. Boah, hier könnte man auch gar nicht mehr sein. Das ist so ein Tier. Das ist so ein Tierraum, ja. Weil das Wasser war links von uns jetzt da, ne? Der Teich. Der Teich ist hier links. Hinter den Steinen müsste der sein. Ja, das ist natürlich auch dann nicht allzu weit. Ja, eben. Weit genug vom Kroko weg, dass er uns das nicht holt. Weil wenn man hier... Ja, oder wir... Hm... Ja, eben. Weit genug vom Kroko muss auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob das... Oder wir bauen hier direkt an dem Teich. Das geht natürlich auch. Wo bist du jetzt? Bist du schon wieder weiter? Ne, ich bin dahinter, ja. Hier. Also hier so quasi die Ecke, weißt du? Du musst ja eh diese Plattformen hinsetzen. Ja, wenn wir die Plattformen vor die Wand setzen, ja. Dann braucht man hier keine Rückwand. Und man kann die ja vielleicht hier noch so ein bisschen runterziehen. Ich weiß nicht, ob das geht. Das müssen wir dann mal testen. Ja, können wir machen. Weißt du, dann... Weil das ist halt ein geiler Spot, so direkt umzäunt von den Steinen. Das ist ganz cool eigentlich. So, was kann ich denn hier... Ja, wir sollten nochmal die Folge beenden. So, wir sind nämlich bei 25 Minuten schon. Ja, dann bauen wir das Haus in der nächsten Folge. Wird wieder lange dauern zum Rennen, aber... Ach, kriegen wir alles hin. Genau. Also in der nächsten Folge bauen wir unser fettes Haus hier und... Ja, ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Und der Dale hofft das auch. Auf jeden Fall. Ich hoffe ja immer. Ja, eben. Also dann, bis zur nächsten Folge. Tschüss. 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 Vielen Dank.